Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu The last of us so wir sind gerade dabei haben eigentlich im labor Letzte folge ja die feier flei gesucht haben herausgefunden ach die sind ja gar nicht da und jetzt sind wir neue Gegnern Begegnet also neue leute die uns an tragen wollen und ja Müssen wir müssen hier fliehen Würde ich sagen Den hier habe ich letzte folge sehr schön umgenietet Oh Shit fuck Nein Schlechte idee wohl bemerkt Eigentlich nicht sehr sehr schlechte idee weil Bei beim dings Beim rausziehen Richtet das ding Richtet eigentlich dieser nagel mehr schaden an als dings Witz Witzigerweise Torkelt er so nicht So viel als wenn er Oh gott Komm schon Oho Schon entdeckt Mist Okay Du bleibst hier Ich komme dann Von der Seite Belly Das ist meine freundin getötet Arschloch Ui 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 Mach schon Mach schon Mach schon Weißt du denn Hier ist keiner Der ist gerade Sie kann froh sein dass Dings weißt du Dass er nicht tot ist Weißt du es gut Nur weiter so Weißt du sie kann froh sein dass er nicht ganz tot ist Weißt du Er verblutet Nein Wie gehst du laufen Ja Dann lauf doch auch Los komm Weißt du Da ist der Ausgang Nur noch ein kleines Stück komm Ja Lass mich doch Komm schon Hey Hey Joel Hinter dir Ach Was Ach du Ach du Oh Mist Oh Mist Oh Mist Oh Mist Oh Gott Nö Sie wurden mit der Axt erwischt Oh Mist Steh auf Leg den Arm um mich Okay Wir gehen Ich schwöre dir Wann wir das schaffen Wirst du für mich singen Wir träumen weiter Oh shit Da draußen ist jemand Ich hab dir die Tür Lass mir Zeit Steht da draußen nicht jemand Oder Ach nee Das Scheiße Dachte ich mir doch dass da jemand ist Alter das ist echt hart Ich meine mal das ging durch Dass er überhaupt noch gehen konnte Ist ja ein wunder weil es ging ja so wie das aussah Ja Wirbel Äh also Durch Halt ne Die Wirbelsäule Durch den Bauch Durch Ich glaub hier sind wir sicher Joel Und Tschüss Scheiße Joel Hier Ach Steh auf Steh auf Sag mir was ich tun soll Komm schon Jetzt steh ich schon auf Joel Winter Ich bin wieder Ich bin wieder Ich bin wieder aber netter schuss das wird nicht lang reichen aber ein häschen ja klar hängst noch am kopf auf sie kann ich als sie jetzt bogen ja stimmt stimmt ich erinnere mich ich erinnere mich so ganz vorsichtig jetzt da ist ja genau schon vorsichtig nicht unnötig geräusche oder so kann ich den so treffen eindeutig nein ok das problem ist ich habe jetzt nicht hundertprozentig mitbekommen wohin der gerannt ist könnte nach da oben oder nach da unten gerannt sein ich gehe einfach mal nach hier oben die hier ist out of the map anscheinend ist ein eindeutig nicht hier lang kann er ja eigentlich nur da lang sein oder eigentlich ja schon da hinten ist er da steht er ganz vorsichtig hab dich so schön hinterher schön ein bisschen hinterher stiefeln ja hier da sind die blutspuren jetzt mal ja da ist es zweiter treffer aber es war der bin ich mir hundertprozentig sicher oh ja er blutet mehr blutet eindeutig mehr die spuren gehen wird jetzt eindeutig mehr die spuren gehen hier hoch ok hier hoch ok geht anscheinend dann hier weiter einfach mal wieso lebst du noch einmal kurz auf eine uhr geguckt nicht das map mäßig äh zeitmäßig schon lol ist da rüber gejumpt warte mal war da nicht eben noch ein draht ist auch irgendwie merkwürdig ne das das ist auch irgendwie merkwürdig oh Gott da ist eine Hütte was ist das für ein Ort will ich hier sein ich glaub mal nicht dass ich hier sein will aber anscheinend muss ich hier sein das tierchen ist nämlich hier reingerannt es ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort verlassen na ort hoffe ich mal verlassen ganz vorsichtig liegt da was ne ah guck mal da liegt da doofe frage ist jetzt sind hier gegner bestimmt kommt gleich um die ecke voll viele klicker und so kann ich mir gut vorstellen wer ist da komm raus hallo wir wollen nur reden eine falsche bewegung das hier geht ganz böse ins auge das gilt auch für dich sportsfreund was wollt ihr ähm ich bin david das hier ist mein freund james wir sind eine sehr große gruppe frauen kinder und wir haben alle großen hunger wie bei mir frauen und kinder und alle haben viel hunger tja vielleicht können wir dir dir was für das fleisch da geben und was brauchst du waffen kugeln kleidung medizin habt ihr vielleicht antibiotika ja im lager du kannst mit uns kommen ich geh nirgendwo mit euch hin dein schweigsamer freund da kann sie holen wenn er damit wieder kommt gehört das fleisch euch wenn jemand anders kommt dann geht das ganz böse ins auge genau oh ja zwei flaschen penicillin und eine spritze und beeil dich geh schon das gewehr nehme ich na klar jetzt zurück aber ich schätze mal das wird ein bisschen dauern wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen dann nimm ihn mit na also du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein ich mag's wenn ich allein bin verstehe wie heißt du warum okay ich verstehe es ist nicht leicht ein paar fremden zu vertrauen und und der verletzte du machst dir große sorgen es wird bestimmt alles gut vielleicht klicker ja sorry ich hoffe du kannst damit umgehen ist nicht mein erstes mal wir dürfen sie auf keinen fall reinlassen wir dürfen sie auf keinen fall reinlassen wir dürfen sie auf keinen fall reinlassen jagdgewehr ich finde sie nicht bewacht die fenster okay medizinpack das ist schon mal gut okay der schuss muss sitzen ich kenn das schon weiter so kleine okay oh shit 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 kuckuck hey shot du hattest recht du kannst mit dem Ding besser schießen als ich hilf mir mal ja lass mich erstmal healn hilf mir dabei ja ja gleich na los na los nein 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 Nein, scheiße, tot, uncool. Okay, damit würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr stellt ihr doch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht. Hier an dieser Stelle, tschüss, ciao, euer Lovas Kisan.